Der Sport ist in der Wettbewerb. Dimitri Kulaki, nur abgerüstet von Harald Simon. Harald Anderspitze, aber sofort der Kontrabiner von Dimitri. Er hält seine Führungsposition. Jetzt wird das 1.00 Uhr abgelöst von Dimitri Kulaki. Aber genau so der Kampfraum Platz 3 und 4. Zwischen Stefan Schwenzer und Mönter Mauer. Das gute Kulaki. Schloss des Feldes. Dimitri Kulaki, Harald Simon. Lütter Mauer. Immer noch die Kraft zwischen Stefan Schwenzer und Mönter Mauer. Lütter Mauer, Hauptflag 3. Stefan Schwenzer und Autofieger. Im Moment. ... Vielen Dank.